Mikrofon ist hoffentlich an. Der Fokus ist hoffentlich korrekt. Ja, mach mal so rum. Ich bin müde. Ich pack das jetzt aus. Ich würde euch ein bisschen daran teilhaben lassen. Ich freue mich mega drauf. Ich konnte die ganze Nacht jetzt nicht pennen. Klingt blöd, aber ist eigentlich geil in meinem Alter das noch so zu haben. An meiner Tastatur erkennt man übrigens, dass ich kein PC-Spieler bin. Siehst du? Alles hier. Funktioniert doch alles. So und jetzt will ich das Ding auspacken mit euch. Und dann will ich eigentlich gar nicht mehr weiter reden. Das einzige was noch interessant sein könnte für die Leute, die wegen meiner Musik hier auf dem Kanal sind. Der Camper-Song wird geil und ich habe mich entschieden zuerst das Video für den Camper-Song zu machen. Battlefield 1 Song für Camper. Für Camper oder gegen Camper? Man weiß es nicht. Das wird interessant noch sein. Der ist sehr geil. Immer mal reinhören bei Instagram. Ich lasse immer mal reinhören bei Instagram. So ist richtig. Bei Instagram folgen at MiamiRise offiziell. Na, das andere ist... Ja, gut. Ich lege das mal so hin. Dann fange ich mal hier bei mir an. Oh yeah, motherfucker. Geil, ha? Ich weiß, andere Unboxing-YouTuber haben immer solche übelst krassen Bambus-Messer mit denen die... Oh shit! Mit dem die immer irgendwie ihre Nachbarschaft abstechen können und sowas. Aber... Oh shit! Oh geil, ich freue mich so hart. Ich freue mich so hart. Ich hoffe, ähm... alle sind damit einverstanden und ich hoffe auch nicht auf irgendwelche Kriege oder sonst irgendwelche Beleidigungen oder sonst irgendwas. Aber für alle anderen, die einfach nur das Dasein genießen. Ja? Holla die Waldfee, Alter! Holla die Waldfee, ey! Geht euch verkriechen, Alter, ihr Hustensaft-Schnüffler! Geil, oder? Woof! Ein paar Kratzer dran geht überhaupt nicht, aber ist okay, ist okay. Ich komme damit klar. Oh, was steht hier oben? Oh, da steht die Zahl. Darf ich hier irgendwas nicht einblenden? Oh, welche Zahl haben wir denn? Äh, jo. Seh ich genauso. Scheiße, ist das schwer. Ist hier nochmal irgendwas drin? Ich hoffe nicht. Geil! Oh! Shit! Shit! Auf der anderen Seite sieht es übrigens so aus, falls das irgendjemand sehen will. Ja, sieht auch geil aus. Aber es steht nicht auf der anderen Seite. Der Skorpion! Irgendwo anders hier? Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Der ist... Oh, der ist schön schwarz! Schön schwarz! Wie mein Seele, Alter! Ähm... Xbox Game Pass ist hier drin, Xbox Live Gold. Ähm... Immer, warum nicht? So, shit! So, könnte mal reingucken. So sieht das jetzt aus. Ohohoho, ich bin so füri! So, das hier ist, äh... Der Ständer. Oh, jetzt hab ich Karton kaputt gemacht. Das ist der Ständer. Der kriegt hier einen extra großen, äh... Dings. Der kann sich gleich mal zu meinen Ständer gesellen. So, und jetzt hier. Was hab ich? Okay, okay. Das fangen wir nochmal von vorne an. Was haben wir hier? Ah! Geil! Stecker. Die Power Prick ist diesmal nicht mehr dabei. Ähm... Was haben wir hier? HDMI-Kabel. Ähm... Immer dran denken, egal was ihr für welche habt, das Ding ist echt geil. Also, das Ding ist... Das ist schon... Fast Endstufe, also... Muss ich dazu mal sagen, ne? Und was haben wir hier? Hier ist was Schilden eingepackt. Hier ist irgendwas unten drinnen zum Lesen. Aber ich kann das nicht rausholen. Ich find das irgendwie... Keine Ahnung. Brauchserweisung immer, ja. So, äh... So... So, gucken wir mal. Komm her. Oh, shit! Alter, die schwarze... Oh, das... Diese grauen Buchstaben sehen so geil aus. Oh, fuck! Och, ich liebe ja die Controller. Wuff! Das ist jetzt schon, äh... Der zweite, den ich hab. Ich glaub, den... Den ersten ist, äh... Von Gears of War. Oh, ist... Nice! Geil, ich liebe diese Pads. Ich liebe die, die sind... Megageil. Okay, Batterien. Batterien, ist kein Problem. Ich hab, äh... So viele Akkus, äh... Ist kein Problem. Yeah! Yeah! Budgetnipscomputer. Ha, ha, ha! Ist das geil, ey! Yeah! Zack! Das ist übrigens hier so ein... Xbox... Play-and-Charge-Kit. Bam! Boah, das wird geil. Boah, das wird geil. Ich schweiß den... Ich schwitz den so voll, alter. Ich... Spuck und schwitz dich voll, alter. Oh, ist der Schriftzug geil. Ihr seht das jetzt nicht. Aber ich halt das mal hinten. Oh, der Schriftzug ist so geil. Mega, alter! So, äh... Ausscheiden das Ding. Und... Ja, da ist eigentlich nicht mehr viel in der Box drin. Yeah! Okay, ihr seid bereit. Ich schmeiß das jetzt nicht runter. Geil! Wie mach ich das jetzt, ohne das hier durch die Gegend zu schmeißen? Boah, ist das Ding schwer, alter! Boah! Ich glaube nicht, dass die... Dass meine normale Xbox so schwer ist. Also, glaub ich zumindest nicht. Wuff! Oh! Oh, baby! Wahnsinn, ey! Oh, ist das geil! Oh, ist das... Oh, ist das fucking geil! Oh, ist das schwer! Ganz behutsam! Oh, ist das geil, alter! Man merkt daran, dass ich die nicht gesponsert bekommen hab, ey! Hier so richtig mit... Mit... Oh! Die darf nicht... Oh, ist das geil! Oh, yeah! Oh, fuck yeah! Oh, ja! Ist geil! Oh, ich bin baff! Sieht auf jeden Fall... Krasser aus als, äh... So, bei den ganzen Unboxings auf, äh... YouTube da! Hello from Seattle! Xbox One X, steht hier! Mega geil! Grüße zurück nach Seattle! Oh, alter! Diese Prägung, alter! Hahaha! Ist das Ding geil! Boah, freu ich mich, alter! Ich muss das jetzt anschließen, es tut mir echt übel, übel mega leid! Äh, ich mach noch ein paar Nahaufnahmen... Äh... Und, äh... Mach hier das Ding mit euch noch gemeinsam ab... Äh... Ja... Ey! Mega krass, alter! Ich mach das jetzt noch mit euch ab! Jetzt, Achtung! Wuuuuh! Wuuuuh! Mega, alter! Gut! Mir ist warm! Ich verabschiede mich jetzt, äh... Der Camper-Song ist als nächstes dran! Freut euch drauf! Ich muss jetzt nur zocken! Denn... Ich bin nur am zocken! Ah, der kommt auch noch! Freut euch drauf! Wird geil! Wird echt geil! Äh... Dann, äh... Meine neue Freundin und ich... Hehehe! Tschüss! Wo geht das nun mal aus? Tschüss!